Guten Morgen! Guten Morgen! Weißt du was heute ist eigentlich? Der letzte Tag? Mama, kann ich mal aufheißen? Der letzte Tag! Wir sind ja... Mama! Oh Gott, fast im Butterbrot! Und ich freue mich sehr! Und wir sehen uns dann gleich im Laden! Alle zusammen! Papa, ich habe es nie ausgemacht! Mal gucken, was heute noch so passiert! Wer heute alles kommt! Heute ist mein letzter Tag im Laden! Und dann hat er gleich morgen sein Geburtstag! Ja, und morgen hat Geburtstag! Und ich erwarte die Geschenke bitte alle bei mir! Ihr könnt mir alle zuschicken! Ja, ja, ja! Ich kaufe dir ein Buch! Du kaufst mir ein Buch? Nein, ein Buch! Ein Buch! Ja, ich kaufe dir ein Spider-Man-Buch! Ein Spider-Man-Buch! Oh, yeah! Hey! Ich weiß auch schon, was ich getan habe! Sehr gut! Aber etwas war auch schön! Hä? Etwas was schönes! Toll! So! Liebe Leute! Auf in die Schule! Was? Du kommst mit? Alle Jungen! Auf in die Schule! Alle in die Schule! Alle in die Schule! Was für ein Ding? Ja, ich weiß auch nicht! Mein Name steht! Der wird auch hart! Pass schon auf das Land! Ich bin klar! Hallo! Ich bin klar! Hallo! 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 Das ist der erste Tag, wo alle Scheiben zugefrostet sind! Zweieinhalb Grad sind gerade draußen! Da war schon ordentlich kalt die Nacht! Der Winter kommt! Lässt sich nicht verleugnen! Ohhhh! Hier kommt's rote Lache! It's the Red Nose Day! Am letzten Tag, Arbeitstag, weg, neu schickt jetzt Butter holt beim Bäcker! Wurde sich doch beim Bäcker gleich 3 Euro kostet, statt irgendwie 1 oder 1,50 oder was! Butter halt kostet! Das ist halt teuer! Butter kostet 1,80! 1,80! Beim Bäcker 3,80! 2,80 kriegst du da! Na gut, okay! Wollen wir mal nicht so sein! Wir holen mal eine Butter beim Bäcker! Ja! Ich erwarte diese Kaureste hier nicht mehr zu sehen! Was? Diese Kaureste! Diese ausgeweideten Stücken! Nein! Der geht mir auf den Sack! Ich kann mich gar noch in den Schalotten-Busy-Ruhen verschießen! Jetzt wohnt er in der Ecke J-Straße! Das ist halt komisch! Okay! Ich mache nicht auf den Spaß drauf! Dir macht den Spaß drauf! Ich schreibe jetzt einfach nur, er hat gleich schon wieder geschrieben, das wäre dann fest, ich nehme! Bis später schreibe ich nur noch! Das ist mir zu blöd! Wenn der attraktiv ist, nehme ich! Das ist ein Freak, Alter! Da wirst du den kommen! Da hab ich dir viel Zeit! Telefonnummer! Der wird ja gesperrt! Einmal irgendwo beschlossen! Und dir? Kannst du ihn spüren? Ich kann ihn auch blockieren! So, jetzt blockieren! Hast du da geschrieben? Können wir dazu gleich vorhanden? Oder es wäre okay? Ja, ich habe gesagt! Warte mal! So! Blockieren! Blockieren! Wunderbar! Perfekt! Ist doch alle die Sachen drauf! Der hat doch alles! Der will nicht nur stehen kann! Der macht dich nicht gut aus! Der will nicht nur stehen! Nee, das ist so ein Händler! Und der will die ganze Zeit, der letzte Preis, der letzte Preis! Geh mir auf den Sack sowas! Aber mit Lieferung! Mit Lieferung! So bequem wie möglich! Der Preis ist 20 Euro teuer! Diese 20 Euro! Das ist mindestens 50 Euro aufgeschlagen auf die Lieferung! Ach so! Ey, ich muss doch das Ding einladen! Und wer weiß denn, wo der das hinhaben will! Ja, umso besser! Ich dachte, du machst das umsonst! Niemals! Das Ding hat Fixpreis! Wenn attraktiv, dann ich nehme! Das ist ja... Ich verdiene daran nichts! Ich verdiene ja nur die Lieferung! Ja, das gebe ich ab! Den nehme ich doch mich ab! Sollen wir nicht mehr? Haha! Er schreckt nicht mehr! Er kann nicht! Der muss sich übereinander anmelden! Da kommt Dieter! Dieter! Genau! Dieter! Willst du Seele oder willst du noch mal einen Kuss? Nee, ja nicht! Bist du auch satt? Ich bin satt! Ja, letzter Tag auf euren Verte! Im Shop! Offiziell! Offiziell! Ja, also keine Panik! In Panik! Don't Panik! Der Fahrradsalon schließt für den Winter! Aber ich habe genug zu tun! Und da seid ihr auch dabei! Und ja! Okay! Können wieder weniger werden! Ich werde wieder vielleicht ab und zu mal was kochen! Und... Oder Babyhüten! Und Babyhüten! Ja, gut! Das ist ja sehr ohneinteressant! Oder vielleicht auch mal hin und wieder eine Glühbirne tauschen! Oder hier wieder oben! Da ist er was aus der Decke rausgerissen! Und jetzt wird natürlich auch reparieren! Das war jetzt im Winter! Ja, aber es war schon... Das waren, glaube ich, die letzten Tage! Das waren die, glaube ich, die letzten Tage! Das waren die letzten Tage von... Und die ganzen Sommer über hängt mit einem seidenen... Das fällt ja nicht auf den Kopf! Das fällt ja nicht auf den Kopf! Das schwingt so rum, räumt den Tisch ab und schlägt komplett gegen dich! Also so jetzt... In dich rein! In dich rein! In dich rein! So, das ist so... Als wenn man da jetzt diese... Die Abrissbirne auslösen würde, dann würde das Ding so voll rum... Klatsch! Und Patsch! Und Pitsch! In den Kopf rin! Was machst du denn? Bin ich tot? Was machst du denn? Wie... Du bist tot! Was mach ich denn? Aufräumen! So eine Sauerei! Wie ein anderes Traum! Komm, streck die Arme aus! Streck die Arme aus! Streck die Arme aus! Streck die Arme, Arme, Arme aus! Tommi, das sieht auch nicht so bequem aus für Sie! Für mich? Für Sie? Für Sie super bequem! Wie rutscht denn die? Die rutscht überhaupt nicht! Streck die Arme aus! Streck die Arme aus! Streck die Arme aus! Streck die Arme aus! Komm hier, meine kleine Kind! Siehst du? Ja! Jetzt weißt du, wie es funktioniert? Die Arme aus! Ja, woher ist das! Das ist das! da ist schon neu, da kommt neu da muss neu ja wir haben jetzt schon extrem voll weil wir haben neue jetzt melde ich mich mal an bei euch ich habe gestern von meinem neuen fahrrad abgeschraubt ich habe einen geiler trattig hochgerissen bestimmt wieder so eine grobe wenn du sagst du hast ein geiler fahrrad gekauft dann kann ich mir schon vorstellen dass das wieder so eine grobe ist die eigentlich ja früher mal ein cooles fahrrad war immer noch cooles hat tatsächlich kam direkt vor dem laster nicht vom laster gefallen ist wieder was anderes das muss ich auch mal gucken zu gucken ob du das findest steht schon im laden irgendwo im laden integriert aber gucken ob man das rausfindet was für ein rad das ist welche rad das ist bevor ich nicht da war ihr kennt ja den laden mittlerweile müsst ihr eigentlich sehen so ein geiler dratt naja wird er herausfinden welches rad es sich handelt er kommt wieder mal gucken testgebnis stöbers und greif stöbers greif genau geil war ja das hat was du sagst du nicht dass der sattel da drauf passt aber der war drauf deswegen ist der brug sattel da drauf ja der ist jetzt erstmal noch ein geirrter alter ruf aber den habe ich jetzt gerade nicht stöbers greif ich dachte ich gucke nicht richtig laden die das aus aus dem auto ich sag uh was soll das kosten alter top den dynamo habe ich abgebaut den originalen alten reingemacht den sattel habe ich abgebaut das hat mich jetzt hier verarschen das ist echt ein 14er das hat alles mal geputzt ein bisschen gängig gemacht total seltene Narbe habe ich noch nie gesehen eine Sachs Nabe das habe ich am Schaltchen gesehen Sachs hat ja nicht so eine Narbe das ist aber ein Sachs Schaltchen ne ist er nicht ne ist er nicht ne ist er nicht ich guck ja nicht gleich nochmal schnell gucken das ist aber signiert ein Wichser Sachs hatte sowas nicht das noch nie gesehen guck mal guck mal also keine Stormy Archer eben das ist eben das Problem weiß ich nicht ich habe es noch nie gesehen genau noch nie relativ der macht jetzt so richtig schön schwer der Löhr da ist mir einmal Löhr passiert so na dann gib mir doch mal deine Schlüssel feiern bitte warte ja das war schon die lehrige Das wird hier raus, geht da rein. Ich ziehe noch mal ihn auf den Kopf, ach ne, da lang, da noch mal ihn, sollte fest sein. Ich ziehe noch ein Puzzle. Ich denke mal, er trat das zu weit drüben auf alle Fälle. Warum denn das? Ich würde sagen, die Seite ist zu weit nach oben gezogen. Auf der Seite geht es nicht weiter. Ja, er war auf jeden Fall mit sich zentriert. Man. und wir sind platt das ist so viel Punkt? ja, naja naja mal wetten das das noch innen ist ach quatsch niemals ey wenn es niemals ist das jetzt von der Späche also das achtmal ruft ne hier ungefähr Ohne Bewegung, umschlachtvogel, gucken ob es mittig ist. Doch, ja, eine Tappe. Wie geht es? Stimmt jetzt auf jeden Fall, alter Schlauch. Funktioniert einmal frei, wunderbar, das Licht funktioniert, dann funktioniert irgendetwas und die Klaue in den Arsch nicht. Ja, dann gehen wir mal hierhin raus, das waren 28 Jahre. Dann check mal die Mantel noch vorher. Ja, das ist ja auch der Halt. Hier ist nichts. Die sind ja noch nicht mal eingedrückt, die strüken immer noch raus. So, und einmal auf dem Schlagprobe machen. Okay, alle dritten Katz sonst. Der Mantel ist nix. Ich habe nicht Aua eingeschrieben. Blut tut auch nix. So. Nix mit ich. Aber, oder? Alter, so was von weit drüben. Na, deswegen passt das nicht. Da war nicht mittig. Ne, du musst das mit dem machen. Mit dem. Wie gesagt, den kannst du hier hin und her schieben. Ach so. Das habe ich dir schon mal gesagt. Der ist ja nicht automatisch mittig. Stimmt sowieso nicht, weil der ist frei beweglich im Raum. Ah. Sozusagen. Ja, dann erkennt man natürlich auch warum nicht so es. Also das sind ungefähr 1,5 cm, 7 mm rüber. Zur Antriebsseite. 1,5 cm, zur Antriebsseite. Ne, 1,5 cm durch 2 cm natürlich. 7 cm rüber. Dann entstehen ja hier 7 cm mehr. Mitmacht zusammen. Schau, ob der Betrieb kriegst. Erstmal. Ganz simpel. Auf der Antriebsseite 1,5 Umdrehung lösen. Jede Speicher. Äh, auf der, nicht Antriebsseite. 1,5 Umdrehung lösen. Jede Speicher. Auf der Antriebsseite 1,5 Umdrehung fest. Danach. Aber erstmal machst du eine Runde rum. Ja. Lösen. Eine Runde rum. Festziehen. Also einfach nur rüber speichern. Und dann, und danach legst du die Leber an. Und wenn die so stimmt. Dann erst einstellen. Mit dem Ding. Und einfach nur den Schlag raus nehmen. Falls man ja drückt. So. Und hier. Klasse Flügel. Ne. Ist tot. Warum bist du tot? Wo 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 bist du tot? Hallo Torsten. Ja ja. Ja ja. Arbeit? Zittel? Eriko Oh Gott, ey. Ja, ja. Scheiß Leben. Ja, ja. Bepi, uba, uba. Bete hier. Ja? Okay. Ja? Hey, Linda. Reif. Mit du? Familienkraft. Von Gott gegeben, von Gott genommen. Das Gott ist Tumut. Du, äh, wie das man so weiß. Gottes Lästerer wäre ja doof. Gottes Lästerer trifft sich ja nicht ganz. Hart. Hart. Für dich. Gewicht. Hart. Hey, du kannst nicht flexib... Nee, nee, musst hart für... Schwer. Hart. Ich hasse es. Das ist mein Spruch. Das hat das international freigegeben. Wie sagt man? Äh... Allgemeiner Sprachgebrauch. Hier gibt's ein... echt so eine rechtliche Geschichte für... rechtliche... Verrückung. Gemeinfrei. Es gibt halt Dinge, die kann man nicht schützen, weißt du? So wie Worte. Also, klar. Namen. Aber auch nicht jeden. Kannst nicht auch immer Pauli gesetzlich schützen. dann eben nur in Verbindung mit Pauli, die Autovermietung oder so. Boah, ich krieg die Krise. Ich bin gerne hin zu sowas. Nee, macht den Spaß. Wie ist das? Die Krise. Ich bin nicht schon. Hier sind nur noch nicht. Da geht's unter der Sache. Ich bin, wenn wir jetzt nicht, wir können. Ja, das müsste jetzt was werden. Ich kann natürlich die Diener rausnehmen und so wenig Belastung wie möglich beim Ziehen. Hey, Hammer! Wow! Neue Kabel ist durch, alte Kabel, warum auch immer das kaputt ist, keine Ahnung. Neue Kabel haben wir hier. Und im Rahmen verlegen kostet ja mal schnelle 40 Euro. Eigentlich. Ja. Wahnsinn. Na, Nü? Hallo! Ja. Hast du gemacht? Habe ich gemacht, ja. Auf der Seite. Auf der Seite. Gut. Gut. Das ist jetzt die Nicht-Antriebsseite. Die Antriebsseite ist noch Luft. Ja. Ja. Dann musst du das, was da Luft ist. Naja, irgendwann ist das jetzt nicht aufdrücken. Das muss ja in Waage stehen. Ja, das ist nochmal eine halbe Umdrehung für jeden auf der Seite rüber und auf der anderen Seite eine halbe Umdrehung. Ja, genau. Das ist nicht mehr Fülle. Aber dann fällt mir nicht, dann ist das in Ordnung. So blöd wie es ist, so muss man es halt machen. Sehr schön. Auf der Fülle ist das neu verkabelt jetzt hier. Kommt jetzt hier unten raus. Das wird jetzt hier durch. Darin. Ja, perfekt. Na ja, noch nicht ganz. Na ja. Küttelt noch ein bisschen. Ich muss ja noch ein bisschen zentrieren. Ah. Ah, das wird schon. Das wird schon. Was für einen Uffriss, ey. Für das Ding. Na ja, ist ja gerade nichts zu tun. Das ist ja halt richtig. Erstens das und zweitens, ich muss es ja eh üben. Und wie kann man es besser üben, als an so einer krummen Felge. Er geht nicht. Da flippst du aus. Da kriegst du Platz. Da kriegst du alles, was auf der Erde gibt. Da kriegst du eventuell kein Kontakt. Ich hab das Leuchtmittel nicht drin. Schon so verstrahlt. Oh man ey, krass. Was? Ne, nicht für mich. Manchmal dauert es auch zu lange, an so einem Ding zu arbeiten. Das ist ja nicht. Wow. Guck. Ja. So muss das sein. Herrgott Sankra. Morgen wieder kaputt. Ne, natürlich nicht. Dann ist Probefahrt. Haha. Ja. Ne? Ist das schon kleiner? Ne. Quatsch. Der ist schon besser drin. Warte ist ja locker. Der muss ja eh runter. Oh, siehste. Das ist das gleiche Programm, was er bei allen Dingern machen muss. Alle haben die gleiche Wacke. Das scheiß Baby-Fräder. Moin. Herr Willi. Ähm... Mein Fahrrad ist kaputt. Warte, was ist denn kaputt? Ähm, ich weiß nicht, wie man das auf deutsch sein kann, aber die Hintertirekt. da hat es platt das gesamte ist kaputt okay also Kettenschutzbrille lose was muss man dafür machen? Tretkugel ab Mephistopheles 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 Abstellen und... Ah, erst den Unterrad einfach natürlich Hey, hatte ich gestern einen Kaffee gesoffen haben... Alter, normalerweise trinke ich maximal zwei Kaffee, ich hab jetzt noch vier getrunken... Okay... So, jetzt probieren wir mal einmal... Kunststofflager? Ja, okay, das hier ist nicht das Problem... All klar... Schade Direkt... Schade... 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 mehr als 24 noch geöffnet ja ich weiß noch nicht so formwandler oder alter kriegst du noch nicht mehr auf die reihe gibt es 17 verpflichtet zum voraus der hauptrichtung die braucht man bestimmt beim bund an das ding noch eigentlich kannst du ganz fit sein es ist echt gar nicht so schlecht was du so von mir gibst und alles auf einer bühne du machst millionen aber was machst du stehst in so einem scheiß keller noch hier und schimpf über mario bahrt hier grüß mal deine mutti bitte die guckt sich das an hier immer sag mal grüße an mutter kommen kommen jetzt hallo sehr gut genug hier den rost wegzukriegen du sollst jetzt du sollst nicht bauma bitte den hänger zusammen heute macht mal bitte die aufgabe fertig bau den hänger zusammen jetzt ist ja ausschlachten ist vorbei ist erledigt ja aber nicht hier streicheln zusammenbauen ja ich weiß noch nicht mal mehr wo die ganze teile sind du weißt sind alle noch da also bei felix 90 prozent überhören einfach hinten runterfallen lassen zehn prozent sind zum überdenken da und circa ein prozent darf beantwortet werden dann habe ich ja ja moment mal also wenn ich was wichtiges sagen will dann nach mich schon deutlicher bemerkbar das ist ja eine umlänge für ja wahnsinnig heute Abend ist Schicht im Schacht hier über dunkle Tuten Felix mach mal Abnahme hier ist das in Ordnung oder so können wir nicht so lassen ähm ist gut ist gut Licht läuft hier guck ja ja aber der reflektor jetzt müssen wir warten bis es dunkel ist damit man sieht ob der reflektor ist reflext ok und mitgedacht wie noch gelassen bisschen Space gelassen genau was die meisten nicht machen die meisten Hersteller knappen so kurz ab ja wozu wird das dann überhaupt so gebaut ja zum kaputt gehen und ab in den Laden ok willst du Probefahrt ja mach ich gut ja mach ich mach ich ja ja so da gibt ja eine tolle Teile noch nü 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 Rechte Seite, ist doch klar. Da muss ich das jetzt rechts anbauen, oh man. Was sind das für ein Bänder, das ist ein Feind, was ist denn los, ey? Also warum nicht Mitte, ja? Mach Mitte, mach Zentralrad. Aber dann die andere auch, das wäre sonst ungerecht, das wäre... Das ist aber alles Schwachsinn da drin, das ist alles nur Lesestoff. Ein Buch hast du auch mitgekauft. Ja, na, da kann ich doch bitte und bitte und bitte haben da, oder? Nee, das müsst ihr untereinander auskaufen. Da gibt's gar nichts von. Ich wollte da auch mal was dazu kommen, ey, das stimmt auch, oder? Wolfgang, was sagst du dazu, zu den ganzen Kaschwelle-Vereinen hier? Redet schon die ganze Zeit, 100 Wochen, seitdem er da ist, anderthalb Stunden schon. Ja, eh eine Stunde. Zum Glück bin ich gekommen, ey, sonst wären ja gar nicht mehr... Da kommt aber jetzt Wolfgang gar nicht zu Wort. Ich wollte mich ja wussten. Erkenntlich zeigen für das Jahr über, voller Freude, Aufmerksamkeit liegt hier abzuteil. Genau, ja. Ganz genau. Mich hat entschieden, und ich hab mich bisher nicht gelanget. Und auch... Wien, wann, wann, wie? Ja, nein, das war's ja jetzt. Wolfgang verabschiedet sich, Achtung. Ach so, du hast ja jetzt, du bist ja jetzt nicht da, ich wurde ja nicht da. Ich bin jetzt ein Dritteljahr nicht da. Ja, also, naja, ich bin jetzt nicht da schon, aber, wie gesagt, das ist schön nach Aussagen. Time to say goodbye. Wieso, hast du gedacht, dass du die Schenk verjessen hast? Ah, ich ja. Ja, genau, da hat er sich extra nicht umweilt, ne? Guck mal, ich hab's ganz hinten, ne? Was haben wir? Ja. Komm, tut mir leid, aber heute... Läumengang. 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 Ja, bitte, 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 nein, irgendwo, wo ist der Marco? Hey, guck mal, der Teich. Hey, jetzt, au, 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 komm mal, komm hier mal. Nee, der haut schon noch wieder ab, stimmt wieder weg. Der Freund ist schon wieder weg. Wo er kann, wie viel braucht's da? Echt, hör? Nado. Nado, Nado. 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 Oh, ja. Roger. Guck mal. Wo ist's? Bartschi, Pumia. Guck mal. Da steht 4, die alle. Ich hab's schon mal mal im Fallen. Se, mal ähm ... Wir wollten das machen mit ihm, oder? Das ist... Ist nicht, ist nicht ... Nein. Sag du mir. Das ist ja mal eigentlich richtig. Ich kann ja nicht mehr gucken, ich kann ja nicht mehr gucken, ich zieh mich nicht mehr. Das ist ja auch nur ein bisschen. Sonst krieg ich jetzt zittern. Komm mal bitte her, komm mal her, ich muss runter. Ohne Tremor, alles ohne Tremor heute. So komm, geht das, aber einfach. Ohne Schlau, wie geht das nicht. So ein Tierbuch. Wahnsinn, ey. Und nach so. Sehr gut. Danke. Bis dann. Ciao, ciao. Es ist vollbracht. Der Schrotthaufen, den ich geschenkt bekommen habe, ist fertig und ist bereit zum Vermieten im nächsten Jahr. Ist halt ein Mietrad. Die Lampe, die ich geschenkt bekommen habe, weil sie nicht mehr funktioniert, weil sie gebrochen war, ist auch wieder bereit und funktioniert. Diese Busch und Müller ICQ oder wie die heißt. Mensch, die hat mal 80 Euro oder 85 Euro sogar gekostet als die Neuber damals. Hier hinten ist der Schalter abgegangen. Ja, da muss man jetzt hier reinfassen zum An- und Ausmachen. Aber die bleibt halt immer an. Beim Mietrad ist es egal. Die macht gutes Licht. Das ist hell genug. Das ist fantastisch. Jupp. So. Was haben wir noch? Der Sattel, den ich gestern abgebaut habe beim Stöber, der hat hier auch seine Verwendung gefunden. Wieder ersetzt diesen komischen Mondplaneten Sattel. Das Licht ist funktional. Auch hinten wieder funktioniert. Die durchgeknabberte Leitung, die irgendwo kaputt war. Wer weiß Gott wo. Habe ich ersetzt. Habe eine neue verlegt im Rahmen. Und auch das funktioniert jetzt wieder frei. Was ist noch gemacht worden hier? Ja, die Tretlagergeschichte. Die Schutzblechbrille ist wieder fest. Ja, nach ein bisschen Aufwand. War ja schon eingerostet alles. Haben wir da draus bekommen. Oder abbekommen. Und wieder einmal abgeschraubt kurz. Aufgeschraubt und dann wieder zugeschraubt. Alletude. Hinten ist hinterrats neu eingespeicht worden. Und zentriert worden. Auch das ist ersetzt. Und das Vorderrad wurde komplett ersetzt gegen ein gebrauchtes, was ich noch da hatte. Und ein Marathon Plus Reifen, der hier wie neu dasteht. Also wirklich bereit. Entweder zum Kauf oder eben zum Vermieten. Wobei vermieten würde sich erstmal rentabler. Auf alle Fälle natürlich erstmal. Erstmal vermieten kann dann immer noch verkauft werden. Kurzum ein gutes Rad. Es ist geworden. Ein Doppelständer ist dran. Ein gebrauchter oder was? Oder ist das ein neuer? Sieht fast neu aus. Doppelständer. Der Kettenschutz ist neu und angepasst an diese Rahmenkonstruktion. Da muss man ein bisschen schauen. Normalerweise geht der Kettenschutz ja hier durch. Bis hier hinten. Und das würde dann auch reichen. Aber hier ist ja noch bei dem Modell Lille ist noch so ein Zusatzstreber drin. Warum auch immer. Die braucht man nicht eigentlich. Aber die ist hier drin. Einfach. Modell Lille. Da sieht man es da. Ist mal so. Lille. Kann jetzt auch eigentlich hier. Ja. Bin zufrieden. Hinten Marathon Plus. Vorne Marathon Plus. Hinten neue Speichen. Komplett einmal. Andere Sattel. Kettenschutz. Das Tretlager ist gescheckt. Vorne Vorderrad neu. Und so weiter und so weiter und so weiter. Also. Anitude. Viel Aufwand. Das war den Kunden zu viel Aufwand. Das hätte er alles machen müssen. Ja. Und das war den Kunden zu teuer. Ganz einfach. Wenn ich mit mache, ist es in Ordnung für mich. Ja. Weil es war jetzt nichts zu tun. Deswegen habe ich gesagt. Nee, doch nicht auf den Schrott. Lass uns das aufbauen. Sieht halt aus wie meine anderen Mieträder. Kann ich hier brauchen. Ne. Gut. Und jetzt jetzt erstmal gleich. Essen. Mittag. Bis gleich. Ah. Alter. Bis gleich. 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 Da kommt noch mal wieder. Und hier ist ja. Jetzt mit dem Namen? Arbeit hat man doch alle noch da? Das ist mit dem Namen. Guck mal da. Was jesst. Die business ist etwas voll aufgerissen. Herze nahmen körper. Hä。 ht sie mainm. Ja. bis in die mitte rin asche läuft noch der namen aber der ist nicht mehr der fassen anschauung so geht er kann noch nie sehen noch wahnsinn so also das letzte rad wird in diesem jahr geschlachtet wird jetzt so spontan einfach und ein grupp ein Vielen Dank. 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 Und dann guck doch mal, ob da irgendwo... Okay. Oh Mann, mal direkt davor. Was für ein Verein hier. Vorhin war das noch so ein Klapper gerüstet. Vorhin, wir reden von vor drei Monaten. Ja, du musst erst mal trocknen hier. Ja. Hoch und hoch und hoch und... Hochhalsig. Hochhalsig. Bis dann. Bis dann. Und die Möbel sind weg. Alle Möbel sind weg. Das ist gut. Und... Felix ist noch... Und ein Schraub noch... Ja, das ist noch... Und...